In diesem Video stellen wir Ihnen ein Instrument in Form eines Kriterienkatalogs vor, das zur Evaluierung der Vertrauenswürdigkeit von LA-Werkzeugen verwendet werden kann. Auf dieser Folie sehen Sie zwei Definitionen von LA. Wenn wir uns diese Definitionen nochmals genauer ansehen, können wir insbesondere folgende Aspekte von LA feststellen. Studierende sind die primären Adressaten von LA. LA konzentriert sich auf die Messung, Sammlung, Analyse und Auswertung von digitalen Studierendendaten. Das Ziel von LA ist, das Lernen und das Lernverhalten der Studierenden sowie die Lernumgebung besser zu verstehen und zu optimieren. Dass Studierendendaten, also überwiegend personenbezogenen Daten die Grundvoraussetzung für LA sind, ergeben sich dabei viele ethische und datenschutzrechtliche Fragen mit besonderem Bezug zum Beispiel zu Privatsphäre, Fairness, Transparenz oder Sicherheit. Und so kommen wir auch schon zu der folgenden Frage. In Anbetracht der vielen ethischen und datenschutzrechtlichen Herausforderungen, wie können wir vertrauenswürdige LA-Werkzeuge für Studierende entwickeln und wie schaffen wir Vertrauen bei Studierenden? Wir werden heute diese Frage aufgreifen und insoweit einen Lösungsansatz vorstellen, indem wir Ihnen einen Kriterienkatalog präsentieren. Wir haben diesen Kriterienkatalog entwickelt, um Studierenden ein Instrument zur Verfügung zu stellen, mit dem sie die Vertrauenswürdigkeit von LA-Werkzeugen besser und leichter einschätzen können. Selbstverständlich können auch weitere Stakeholder, wie zum Beispiel Hochschule, Lehrenden, Forschende und technische Entwicklerinnen den Kriterienkatalog zum besseren Verständnis ihrer Arbeit verwenden. Bei der Entwicklung des Kriterienkatalogs haben wir die folgenden Aspekte mit berücksichtigt. Erstens verfolgen wir einen studierendenzentrierenden Ansatz. Das heißt, wir möchten Studierende und ihre Interessen bei der Entwicklung und Nutzung von LA-Werkzeugen in der Vordergrund stellen. Zweitens betrachten wir Studierende als selbstbestimmte Personen, die fähig sind, eigene Entscheidungen zu treffen, die ihren Interessen, Zielen und Präferenzen entsprechen. Drittens, damit die ersten beiden Aspekte zutreffen, sollen LA-Werkzeuge Studierenden als freiwilliger Service angeboten werden, über die sie auf freiwilliger Basis entscheiden können, ob sie sie nutzen möchten oder nicht. Viertens, um die Vertrauens- und Vertrauenswürdigkeitsfragen umfassend zu behandeln, soll der Kriterienkatalog einen interdisziplinären Charakter haben. In unserem Fall sind vier Disziplinen daran beteiligt. Ethik, Recht, Didaktik und Technik. Fünftens verfolgen wir bei der Entwicklung des Kriterienkatalogs den bekannten Value-Sensitive-Design-Ansatz, demzufolge Werte während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts berücksichtigt werden sollen. Zuletzt ist das Ziel des Kriterienkatalogs über Compliance hinauszugehen, also über die bestehenden rechtlichen Rahmenbedingungen und zu fragen, was noch in Bezug auf das Design und die Umsetzung von allen Werkzeugen getan werden kann. Warum? Weil dieses Mehrtun sich bei Fragen von Vertrauen und Vertrauenswürdigkeit als entscheidend erweist. Jetzt schauen wir uns die Säulen des Kriterienkatalogs an. Erstens wenden wir bei der Entwicklung des LE-Kriterienkatalogs die Methodik an, die wir im Rahmen des trusec.eu-Projekts und des trusec.eu-Kriterienkatalogs entwickelt haben. Zweitens haben wir die ethischen Richtlinien für vertrauenswürde KI der High-Level-Expert-Group der Europäische Kommission mit berücksichtigt. Drittens stehen zwei umfassende Begleitstudien zu Datenschutz und Ethik im Zusammenhang konkret mit LE der Arbeit am Kriterienkatalog voran. Selbstverständlich haben wir auch einschlägige bestehende Frameworks zu LE analysiert, um den Stand der Forschung zu verstehen sowie potenzielle Lücken zu identifizieren. Der LE-Kriterienkatalog besteht aus drei Ebenen. Wir beginnen mit den sogenannten Core Areas, also Kernbereichen. Sie stellen Werte wie Transparenz oder Autonomie vor, die wir in LE-Werkzeuge einbetten wollen. Da die Core Areas sehr abstrakt sind, werden sie in einem nächsten Schritt auf detailliertere Kriterien heruntergebrochen. Die Kriterien sind konkreter, aber immer noch nicht konkret genug, damit sie leicht messbar und technisch umsetzbar sind. Daher werden in einem dritten Schritt aus den Kriterien entsprechende Indikatoren abgeleitet. Im Laufe der Projektarbeit haben wir auf der ersten Ebene sieben gleichrangige Core Areas erarbeitet, die für die Vertrauenswürdigkeit eines jeden LE-Systems essentiell sind. Im Projekt hatte das Ethik-Team die leitende Rolle bei der Identifizierung der Core Areas inne und hat auch den Erstentwurf dazuerstellt. Dann wurden die anderen Disziplinen schrittweise dazugeholt, haben ihre disziplinären Auffassungen der Core Areas ergänzt und gemeinsam mit unserem Ethics- und Law-Team besprochen. Im Ergebnis identifizierten wir die folgenden sieben inhaltlich völlig gleichwertigen, interdisziplinär ausformulierten Core Areas. Transparenz, Privacy and Good Data Governance, Autonomie, Nichtdiskriminierung, Respekt, Verantwortlichkeit und Rechenschaftspflicht und Protection. Kurz möchte ich zur besseren Veranschaulichung drei der Core Areas ein wenig näher beschreiben. Beim Core Area Transparenz geht es etwa darum, dass Hochschulen DLA-Systeme etablieren möchten, nicht nur formal die ihnen obliegenden Informationspflichten einhalten, sondern die Studierenden und andere Nutzerinnen in einer besonders einfachen und klaren Weise über das System seine Möglichkeiten und Grenzen informieren. Ein informativer One-Pager zum Beispiel oder ein Kurzvideo bedeuten natürlich größeren Aufwand, fördern aber unserer Erfahrung nach das Vertrauen ins System. Das Core Area Autonomie ist der Selbstdeterminierung und Selbstorganisation von Studierenden gewidmet. Studierende sollen selbst die informierte und freiwillige Entscheidung treffen können, ob und in welchem Ausmaß CLA-Systeme nutzen möchten oder nicht. Studierende sollen also selbst bestimmen, welche Daten ausgewertet werden sollen und wen sie mit der Auswertung betrauen wollen. Das umfasst auch die Sicherstellung der Datenportabilität, also die Weitergabe der Daten an andere LA-Anbieter. Das Core Area Protection stellt den Schutz der Studierenden im Rahmen der Nutzung von LA-Systeme sicher. Durch LA werden Studierende digitalisiert und somit Aspekte ihrer Lernfähigkeit, Leistungsfähigkeit und Persönlichkeit datafiziert. Daher ist der Umgang mit den personenbezogenen Daten, die im Rahmen des LA-Systems erhoben, generiert und verarbeitet werden, besonders wichtig. Es muss sichergestellt werden, dass nur berechtigte Personen Zugang zu den Daten bekommen und Missbrauch vermieden wird. Genauso wichtig ist der Schutz der psychischen und physischen Gesundheit oder etwa der Motivation, die ebenfalls berücksichtigt werden sollen. Die sieben LA-Core Areas haben wir in weiterer Folge auf weniger abstrakte und dafür detailliertere LA-Kriterien heruntergebrochen. Diese Kriterien bilden die Vorstufe der messbaren Indikatoren. Dazu zählen etwa ein klar definierter, auf Studierende ausgerichteter LA-Zweck, LA als freiwilliges Service, klare Anleitungen und Erklärungen für das Verstehen und Nutzen des LA-Werkzeugs, ein starkes Bekenntnis zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, interne und externe Maßnahmen sowie Management von Sicherheitsbedrohungen, transparente Zuweisung von Rollen und Verantwortlichkeiten sowie Mechanismen zur Förderung der Gesundheit von Studierenden, ihrer persönlichen Entwicklung und eines gesunden Bildungsumfelds. Nun sind wir bereits auf der detailliertesten Ebene unseres Kriterienkatalogs angelangt, den Indikatoren. Diese können unmittelbar als Prüfmaßstab angewendet werden, um zu evaluieren, ob ein konkretes LA-System wesentliche Kriterien der Vertrauenswürdigkeit im Sinne des Kriterienkatalogs erfüllt. Im Folgenden möchte ich Ihnen als Beispiel die zu zwei verschiedenen Kriterien zugehörigen Indikatoren vorstellen. Die Indikatoren im ersten Beispiel auf dieser Folie sind dem Kriterium LA als freiwilliges Service zugeordnet. Der erste Indikator prüft, ob LA den Studierenden als ausschließlich freiwilliges Service angeboten wird, sie also die freie Wahl haben, LA zu nutzen oder auch nicht. Der zweite Indikator prüft, ob Nutzerinnen die Möglichkeit erhalten, die Nutzung des LA-Services auch problemlos wieder zu beenden. Der dritte Indikator prüft, ob Nutzerinnen die Möglichkeit haben, auch nur einzelne bestimmte Funktionen des LA-Systems zu verwenden oder die zu analysierenden Daten selbst festzulegen. Der vierte Indikator prüft, ob Nutzerinnen die Möglichkeit haben, ihre Daten auf das LA-System eines anderen Anbieters übertragen zu lassen. Aus dem Kriterium klare Anleitungen und Erklärungen für das Verstehen und Nutzen des LA-Werkzeugs haben wir sechs Indikatoren erarbeitet. Hier möchte ich aber nur einen Indikator herausgreifen und an dieser Stelle die Funktion der Kommentarspalte, die Sie rechts von den Indikatoren sehen, erklären. Der zweite Indikator prüft zum Beispiel, ob Anleitungs- und Erklärungsmaterial über die Funktionen des LA-Systems das vom System zur Verfügung gestellte Feedback und Kontaktstellen für Studierende angeboten werden. Die Kommentarspalte hat einerseits eine klarstellende Funktion, enthält aber auch weitere Beispiele und Details, wie der jeweilige Indikator erfüllt werden kann. In diesem Fall wird etwa auf die Form des Anleitungsmaterials eingegangen und ein Handbuch oder Video vorgeschlagen. Je mehr Indikatoren des Kriterienkatalogs erfüllt werden, als umso vertrauenswürdiger kann ein LA-System eingestuft werden. Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass es sich beim Kriterienkatalog um Work in Progress handelt und auch dieser selbstverständlich regelmäßig aktualisiert werden muss. Außerdem steht es allen Interessierten frei, sich aus unserer Arbeit Anregungen für eigene Kriterienkataloge zu holen. Und damit kommen wir schon zum Ende des Videos. Wir hoffen, wir konnten Ihnen einen guten Überblick über die ethischen und datenschutzrechtlichen Herausforderungen in LA geben und zeigen, wie man diese mithilfe des von uns entwickelten Kriterienkatalogs praktisch implementieren kann. Vielen Dank für's Zuschauen.